hallo und herzlich willkommen zu minecraft hex reloaded ja mein magienachfolger für hubris hier sind auch alle magie mod packs die hubris hatte drauf und noch light energistic und sowas also energistic 2 das ist perfekt extra utilities nicht so aber eine quarry ist gut doch ist dabei hab's gesehen hier alles dabei warte mal erstmal das wichtigste durchgehen und bilders wand perfekt so lasst uns mal starten wir haben hier übrigens auch kein quest buch ups lag das bedeutet wir können relativ frei arbeiten können auch bei vitry freier arbeiten um einen coven vielleicht mal aufzumachen weiterzukommen das konnten wir bei hubris nicht genau ist alles dabei und ja dann lasst uns mal einen platz suchen wo wir uns niederlassen erst mal zumindest was das hier deko nut the dried bad of a decobaba zelda sword skills wie mache ich geht es hier irgendwie so mit mit so knöpfen wartet mal wir gucken mal die controls ich habe schon mal gesehen michelana tinkesweiler hier dort left right next target ok item mode attack block ab attack ist ab dann sehe ich jetzt nicht aber okay egal so dann suchen wir uns mal schnell einen platz die immer mitnehmen da könnte was lustiges drin sein botan ja ist natürlich auch dabei so was das da ich will da rüber machen doch ich kann sprinten alles gut das ist das okay wieder rüber das sind die eisen wartet mal ein haus ist da eine korgel drin wer seht ihr denn hier wohnt niemand okay so dann gehen wir mal hier hoch darüber das will ich mitnehmen was mit dir das ist eine körper das ist ein fehler denn da fehler von der map und da sind die körper die körper Ich glaube schon, weil da ist mehr und nichts anderes. So. Ich würde sagen, wir kloppen mal ein paar Bäume. Da können wir uns die wichtigsten Tools schon mal machen. So. Das hier. Auf, auf. Okay. Nehmen wir gleich eine. Tinker ist auch dabei. Jo. Okay. Wieso gehen die Blätter nicht so schnell ab? Das mag ich nicht. Okay, eine Axt machen wir uns gleich mal. Axt und Picke. Und Picke. Perfekt. So, du kommst wieder mit. Und dann gehen wir hier lang. Kann ich hier shiften? Ne. Das hier. Auch nicht. Ah, okay. Okay. Das ist aber nicht Wayne-Miner, sondern, wie heißt die Mod? Lamba? Wie heißt die Mod? Irgendwas mit Lamba auf jeden Fall. Das ist praktisch. So, den nehmen wir noch mit und dann suchen wir uns ein Plätzchen und bauen ein schnelles Haus auf. Weil hier sind, glaube ich, auch die Special Must, diese Gaia, weiß gar nicht wie die Mod heißt, Gaia, drei oder so. Das noch und das noch. Danke dafür. So, dann gehen wir da rüber. Da war noch eine Urne oder ein Topf. Eine Keramik-Jar. Was ist Jar? Flasche? Ne, Jar ist. Wie heißt das? Vase. Vase? Oh ne, jetzt sind wir auf einer Insel oder was? Aber hier ist doch... Okay, und dahinter ist dann vorbei. Also könnten wir da rüber, aber das ist so komisch gerendert auf der Map. Und hier müsste Wasser kommen? Ja. Okay. Oh, ein Schloss. Da will ich irgendwann hin. Aber noch nicht. So. Gehen wir mal hier hoch. Wollen wir auf der Insel bleiben? Ich weiß es nicht. Wir bräuchten Schnee und all sowas eigentlich auch. Also mehrere Biome. Also bauen wir uns vielleicht ein Boot. Autsch. Ne, okay, alles gut. Dann lasst uns mal ein Boot bauen und dann schippern wir ein bisschen rüber. So. Geben wir das. Und das. Äh, das will ich wieder haben. Da ist meine Axt. Okay. Und zwar gehen wir... War ich nicht gerade am Meer? Okay. Oh, ich habe Hunger. Essen. Essen. Winter Squash. Okay. Ein halbes Herz. Äh, halber Hungerbalken. Die sind gut. Ich würde auch Chili Pepper so essen. Okay. Guck mal, hier sieht es doch aus wie... Wie Meerland. Also nicht wie... Ach, hier können wir lang. Okay. Da müssen wir gar nicht mit dem Boot fahren. Gehen wir da rüber. Da ist auch Schnee. Das ist gut. Sugar Cane will ich noch für den Anfang und dann bauen wir uns ein kleines Häuschen. Ähm... Obsidian Toten. Sugar Cane sehe ich jetzt nicht. Da brennt wieder der halbe Wald. So. Hier lang. Da sind auch Kühe. Darüber will ich noch. Ich will nur gucken, ob das jetzt eine komplette Insel ist. Ich sollte nicht so viel sprinten. Das ist das. Und. Ja, ist eine Insel, oder? Ich will nicht auf einer Insel sein, ich will auf Festland sein. Oh, da ist ein Baum mit Ruhe. Die will ich noch haben. Das ist Sugarcane. Das will ich auch haben. So. Geh mir das. Danke. So, Schwert ausrüsten. Ich hör sie schon. Wo bist du? Weg. Schneller. Danke. So, was haben wir? Magical Core. So much armor. You just don't know why there are so many of these. Bomb Bag. Was ist das? Whooping Stick. Ach du Heilige. Plus 9005 Attack Damage. Okay. Okay. Was hier los? Viel. Also, da gehen wir nicht rein. Oh, wer bist du denn? Ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit dir reden. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich kann nicht sprinten. Nein. Ich gebe mir irgendwas. Hier rüber. Was ist das? Nita Sand. Der ist bestimmt immer noch hinter uns. Jetzt wird es auch noch dunkel. Okay, er ist weg. Alles gut, aber wir brauchen jetzt trotzdem ein Haus. Okay, hier sieht es nach Festland aus. Ich würde sagen, wir bauen uns hier schnell ein Haus hin, beziehungsweise in die Erde. In die Erde, das ist immer eine gute Idee. So. Ich habe aber nicht genug Holz. Ne, ich brauche noch Holz, wenn eine Fackel ist, sonst sehe ich hier stehen. Gib mir das. Das. Auf der Map ist noch nichts Rotes. Mach hin, ey. Ach, das dauert. Ich sehe auch nicht, wo wir gerade sind. Los. Danke. Das reicht mir. Und schnell wieder runter. So. Zwei. Und drei. So. Okay, warte mal. Kurz orientieren. Stein. Dirt. Dirt. Okay. Jetzt wäre ein Ofen nicht schlecht. Das heißt, wir müssen nochmal. Eins. Zwei. Das Dirt. Das Gravel. Dirt. Wie viel habe ich? Drei. Vier. Ähm, ich sehe auch nichts. Also nicht, dass ihr jetzt denkt. Das ist Stone. Sieben. Und acht. Okay. So. Dann. Warte, jetzt sehe ich ein bisschen was. Dahin. Okay. Dann machen wir einen schnellen Ofen. Da kann ich dich hinstellen. Okay. Das hier. Und. 1, 2, 3. So. Wo sind wir? Okay. Gut. Jetzt sehen wir wieder was. Was ist das hier? Skill Orb of Basic Technique. Machst du jetzt irgendwas cooles? Kann man nicht hier? Nö. Okay. So, ein bisschen Kohle. Das haben wir schon mal. Ähm. Sticks. Und die beiden. Perfekt. So, dann können wir ein bisschen Holz, äh, Stein holen. Machen wir uns gleich mal eine Picke. Danke. Und dann fangen wir an mit Farmen. So. Getting an upgrade. Bitteschön. So. Hier lang. Wir sind auf Höhe 69. Bin mir nicht sicher, ob wir hier was finden. Geh mal ein bisschen tiefer. Hier gleich mal eine Fackel. Oh, cool. Das ist hier, ähm, wenn du eine Fackel in der Hand hast, dann leuchtet das. Das ist super. So. Secret Stone. Das ist noch ein Secret Stone. Hier auch. Und was machen die? Das ist keiner. Das ist auch keiner. Warum ist der so secret? Hier auch. Warum ist das so? Okay, kann ich nicht abbauen. Warte mal, wie heißt Mimod? Ähm, Zelda Sword Skills. Zelda. 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 Zelda Sword Skills. Und Earth Temple Key. Okay. Gossip Stone. Unbreakable. Gossip Stone. Unbreakable. Gossip Stone. Kojiro. 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 Und hier weiter. Und hier weiter. Oder ich geh' noch tiefer. Da. Hier gehen wir runter. Ich hoffe nicht, dass hier dieses drauf ist, dass uns Monster aus Steinen entgegen springen. Das wäre doof. Gehen wir hier weiter runter. Was ist das? Gutoppa. 60. Was muss doch mal kommen jetzt hier? Wenn ich auf der... oben... Warte, nicht, dass ich hier sterbe. Ich habe gar nichts zu essen. Kann ich sowas essen? Oh, ja. Nein, kann ich nicht. Machst du irgendwas? Nee, nur Pumpkin Seeds. Kann ich dich essen? Okay. So, dann hätten wir das aufgeklärt ankommen. Mit einem Diamanten ist gut. Was machst du? Nichts. Nummer R. Magical Cap. Magical Tunic. Okay. R. Kann ich nicht. Nur das. Okay. Mit Leder. Das können wir uns ja mal angucken. Dann... Was? Achso. Ist es immer noch dunkel? Oh, der Himmel sieht ja cool aus. So, dann müssen wir jetzt unten bleiben. Das heißt, wir werden voraussichtlich in der zweiten Folge wieder sterben. Einfach nur ein bisschen Eisen hätte ich gerne. Oder irgendwas anderes. Marble. Ist ja auch schön. So, dann würde ich sagen, ich suche jetzt noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das heißt... B. B.